So, jetzt noch mal. Jesse, Oli, ja, ich. Part 2 nennt mir Lebenswürdigkeit. Runter, nach rechts, die Straße runter, dann wieder nach rechts, die Straße hoch und dann kommen wir hier oben noch raus. Okay, dann gucken wir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, bitte doch mal, komm. Wow, 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 wow. Wow. Oh my Gott. On in, on in. Wow. Wow. Oh my God. Wie noch rechts? Wow. Ich komme auf ihn. Ich meine, das Bräuchchen ist immer gemein. Schön, Merkau. Jetzt sieht einen Arm, einen schönen Siegmann. Oh, wieder runter, you know. Oh. Oh, la, 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 la. Und nochmal. Oh, wahoo. Oh. 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 und ihn bremst schon ab und Oli schön hinterher ne ne ne, straßesiecker da 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 heil da grun Oli heil da grun der schneider ohne Weg zum Alter wo mich hat mal, wo ist halber anstrengend wo und Oli 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 das waren jetzt zwei Runden wollen wir mal angucken? das war das war das war das war das war